Alter! Battle Royale! Mark ein Drop Point für Ihr Team! You'll lead them in! You've got gas closing in fast! Get to the same road! Junge, irgendwas stimmt heute auch mit meinem Controller hier nicht! Scheiße! Irgendwann der zieht immer nach rechts! Nach links! Rechts ins Kackdorf! Wo wollt er hin? Zu welchem? Hier irgendwo? Ja, ich spreche nichts! Ja, okay! Da geht auch glaub ich gar keiner hin, ja? Naja, sieht selber aus! Was? Ja! Kann sein, ich muss gleich bestimmt Controller wechseln! Ganz schlimm gerade! Komm! Komm! Diese Runde wechseln! Da wird was! Ich fühl's! Danke Marco! Sech Subjective located! Sech Subjective located! Uiuiuiui! Der war richtig saftig! Danke! Das war lecker! Da haben wir richtig ein Headset vor'n Kopf gefickt! Okay, davon holen wir uns gleich einen Loadout! Oder wollt ihr lieber hier zurückgehen? Äh, egal! Uiuiui! Ja, dann lass zurück! Jawohl! Ah, das ist ein Plattenbox drin gewesen! Sie sieht gleich mit Platten aus! Ich hab eine auf Reserve! Ich hab gar keine auf Reserve! Ja, aber... Hier vor mir direkt weiter! Einer da! Wie viele! Muss ein ganzes Team sein, so wie der hier rumgelaufen ist! Was? Oh, der hat sich jetzt wieder geholt! Down! Alter! Und ich dachte schon wieder, das wär einer von uns! Auto! Carre! Down! Down! Pick den holen, Sohn! Er wollte nicht überfahren, aber... Danke! Hast du das? Da aber kein Team-Wipe, Jungs! Kein Team-Wipe! Ja, lass trotzdem nur noch holen! Einfach Max fürs Geld! Max, brauchst du noch was? Ich hol mal ein Blutchen! Ja, Drohne geht raus! Geht direkt raus! Ich hab auch ne Drohne! Plattenbox geht raus! Jo, get that over! Also, ich hier vorne an der anderen Beise noch, Leute! Turm mir aber noch kein... Ah, ich hab schon wieder einen Jungen gestellt! Ja, nach der Runde machen wir Boxen-Stop! Bitte! Max, du bist mein Mechaniker! Du musst sagen, Philipp Visier und Taschenlampfer aus der FHR nehmen! Mechaniker! Ich hol auch ne Drohne! Ja! Er ist hier snipet einer! Und da hat er einen Jungen abgefeuert! Jungen, er kommt! Okay! Da ist einer auf dem Dach bei Blau! Der droppt gerade runter! Ja, da rechts hatte ich einen down! Da droppt noch einer! Da droppt noch einer rein! Oh, ich werd' angesniped! Oh, wo? Ja, da aus dem Kackdorf! Ja, aus dem Kackdorf! Aus dem Kackdorf! Da, wo Blau ist! Ja, am Shieldbreak auf die Sau! Genau! Da ist der! Genau da ist der! Jetzt schießt er aus dem Gebäude! Andere Seite jetzt! Genau andere Seite, Jungs! Hier aus dem Gebäude noch! Wo? Da ist der Stopp! Alter, kein Bock mehr! Jungs! Die Kiste! Danke, Berg! Ja! Danke, Berg! Ja, ja! Das ist eigentlich ziemlich dämlich, was wir gerade machen! Bring nichts! Ja, komm, lass abhauen! Lass das nicht mit den Boxen! Wir werden Recon! Ja, komm! Direkt neben uns! Ja, lass das dann machen! Bitte lass dir nicht ins Kackdorf gehen! Objektiv updated! Secure that position! Hey! Das ist aber direkt ein King, ne, Jungs? Leute, Leute, bei Blau auf dem Hochhaus! Bei Blau auf dem Hochhaus! Bei Blau auf dem Hochhaus! Zippel, hol dir mal eine Rüstung ab! Ich glaub, der Dude will ein Dings rüberwerfen! Hab einen dauernd auf dem Hochhaus! Die anderen sind hier vorne an der Ecke! Ja! Können wir den Airstrike zusammenlegen! Ja, stimmt! Ich hörste Geld! Ja, komm, Jungs, komm! Boah, fuck off, Alter! Ja! Pflasterschlag, ne? Oder Präzision! Nee, Erstreik! Hier, Nimm das Geld noch mit! Hab ich! Also... Präzisionssluftschlag! Jaaaas! Jetzt sagt meiner, wo ich hinlaufen soll! Er gibt den ab Berg oder so, kannst du den nicht abgeben! Nee, nee, und ist gut! Nee! Glaub nicht! Ich seh mit dem Mongo! Aber, okay! Ich schieße ja! Ich schieße ja! Hau mal da einher! Wir sind jetzt der Airstrike drauf! Airstrike drauf! Bei Orange, bitte! Ich hab gedauert! Come on! Backyard! Hat Zuby den Airstrike schon abgehauen? Was? Zuby macht gar nix, ne? Oh, Mann! Wir kriegen den Airstrike ab! Ich hab... Ich hab den gerade rausgehauen! Aber irgendwie war der Luftraum voll! Ja, ich renne... Dieser Bereich ist voll! Die schießen auf mich! Die kommen! Die kommen! Einer kommt! Ja, ja, einer droppt! Einer ist hier auf dem Dach! Kann mich einer wiederholen? Scheiße! Ach, das ist doch kacke! Einer down! Der fällt auch runter! Was geht? Einer weg! Ich hatte noch nen Airstrike! Hab ich mitgenommen! Einer links! Einer links! Ich hör doch nen Airstrike raus! Noch einer down! Der klatscht auch auf dem Boden! Hahaha! Der wollte rüberfliegen! Ich hab einen down da oben! Zwei wieder da oben! Ja, ja! Einer hab ich down! Ich wechsle mal auf deren hoch aus! Wo denn? Direkt über uns! Einer down! Der andere hat nen Shieldbrake bekommen! Mit Granaten! Jetzt hab ich keine Granaten mehr! Ich versuch die abzusnipen! Warte! Down! Und wer Kill konfrontiert! Sauber Marco! Zwei eliminiert! Mit Granata, Junge! Er muss in noch einer sein! Ja, ja! Ich hätt ihn grad an! Er rennt! Springt hier runter! Hier! Hintere Seite ist da runter gesprungen! Er rennt übers Feld! Ja! Hab ihn! Den krieg ich! Du renst nirgwohin, Boy! Sauber! Kleine Bitch, ey! Da droppt einer! Bei mir ist einer gedroppt auf dem Dach! Ja, sauber Leute! Ja, hier sind noch welche! Hier ist schon wieder einer hereingestiegen! Auf dem Hochhaus, ja? Ja, ja! Ich hab ihn nur reindroppen gehört! Ich bin einfach gesprungen wieder zu euch! Jetzt schießt er! Ah, die droppen hier alle wieder rein! Die Wichser! Nice! Das haben wir echt gut gemacht! Ja, vielleicht hätte ich die Stellung da oben halten sollen! Ich hätte zu viel Schiss, dass er mich einfach exekutiert! Ja! Kann ich verstehen! Auto! Kamer hinter uns! Oh! Kamer hinter uns! Das ist schon wieder einer der Guts! Alter! Backup! Schlaggen! Was? Ja! Was? Was? Ja! Bei der Tank ist einer down! Ja! Ja! Wie gesagt! Bei der Tank kommt gerade ein anderes Team an! Ja! Ich hatte auch schon einen von den Down und halt geschiebt! Aber die haben sich wieder geholt! Auto rechts! Auto rechts! Ich komme eh wieder, weil der Gulag jetzt Ausbruch! Wir halten da an! Hab ihr Leute direkt von mir? Ja! Ja! Das ist scheiße! Ich krieg von hier oben keinen Enkel! Weil dieser Typ von der Dingens mich hier halt in Schach hält! Welcher Typ? Ja! Der auf dem Hochhaus! Ja! Ja! Die sind ausgeschrieben! Bei Fire! Oh ja! Die snipen! Da sind drei Leute! Die snipen auf mich! Von wo? Fire Station! Ja! Fire Station! Ja! 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 Luft geämmert! Loll! Hat das Publikum! Wie war das denn jetzt schon? Einer auf dem Dach! Von Fire? Ja! Aber jetzt sehe ich ihn nicht mehr! Ich habe einen Down in der Fire Station! Nice! Ja! Nur hier unten links! Da wird jetzt wiederholt werden! Klasse! Das hier gerade so sehr einer ist im Turm! Können sie mal abhauen? Ja! Könnte ich kotzen! Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das zu dir schaffe! Hm! Wo bist du, Max? Ja, sie da war, aber wer kann es hier? Nice! Ja, sie hat eine Karre hier, ne? Ich kann einfach wegfahren! Ja! Das ist echt irgendwie ziemlich beschissen hier! Warte! Die snipen immer noch von Fire! Aber einen Down wieder! wieder auf sich denn noch dauern so eine nutze ja so war weg da kommen ja glaube ich gerade noch mehr leute an oder das kann doch anders team in die feierstation also nicht so groß aber sie gerade richtig unter beschuss wir können eigentlich ein nutzen ich habe mich nicht ich habe mich nicht kann man da rangehen und die weg ficken wenn wir einen dauer ja komm okay ja die laufen jetzt kommen wir hier einer hat es geschafft einer rante dieses feld richtung kackdorf oder was war die jetzt liegt direkt beim stein sie break über dem stein den anderen habe ich auch ein schön break andere auch dauern ich kriege ich mich in einer weg die die max sauer max genau so habe ich mir das vorgestellt hier top einer rein von rechts ja ich dachte ich lasse mal wieder gut gemacht alter der war wies max da hatte ich kurz angst dass du jetzt noch nicht ja der andere ist unten drin auch das ist voll der bot bitte kann denn bitte einer weg in der feier der ist in der oberen etage fire station soviel zum bot macht ihn bitte fertig da ist er da ist er holt ihn euch jawohl marco ich dachte da wären zwei auf dem dach deswegen bin ich reingedroppt und dem genau von die füße als ich nachladen musste der hatte noch eine car falls jemand die fahrer dabei orange sind noch sniper bei wie viel schaden habe ich eigentlich gemacht 3400 let's go das war der der mich in der fire station gekillt hat den habe ich jetzt aus dem spiel geschickt ach der fahrer aber aber das war ja bergadat maxe ich gehabt das war ein richtiger bot ja sorry er hat mich kalt erwischt das machen wir max hier kannst du zu euch kommen deine ganzen sachen max hat seine sachen schon wieder ja ja ich hab meinen chest schon wieder geschießen schon leute nimm die panze ich hab schon eine oben liegt da eine panzer ins tasche ja ja ich hab schon eine lass mal zum loadout gehen und vielleicht den lost wanted king hinter uns holen wir mal kurz den imbus bitte der müsste da sein wenn wir für mich kurz seine eier nachziehen kommt der jungs lass mal loadout holen ja nach dem gulag vom max alter hab ich echt kurz angst gehabt alter der war böse wie der den nach hause geschickt hat junge ok folgender plan wir holen uns den loadout und dann den lost wanted to do dann haben wir genug cash dann können wir uns über einen auch kaufen alles klar und das alles bevor sich der nächste kreis zuzieht alle raus er hat sich mal nur noch geholt ja ich sehs lass die ficken bevor die den haben sand hat nix getroffen ja hier ist auch keiner jungs vielleicht kommen die jetzt erst hier liegt ordentlich scheiß jungs oh hier 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 direkt marco direkt neben dir weg oh nice team wipe team wipe schnell 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 jungs hab ich mich eingeschissen hinter dir kam ich hab's hinter dir ich hab's hinter dir team wipe sauber alter die kreis scheiß da sind wir auch schon ja dann jetzt hab's zum dings ne king ja ja genau hier den seilzug hoch am besten hier liegt auch noch ein seil so ne hier liegt auch noch panzerungs tasche und so ein scheiß Aufs Dach meinst du? Jaja Welchen Seilzug denn? Direkt hier bei der Erbanzerungstasche die du markiert hast Also beim King ist gerade jemand reingedroppt? Okay, ich nehme den Seilzug Hier direkt In So, der King liegt noch, ne? So Boah, hier oben liegt auch nicht viel Schatten King ist down Niiice Ouuuuh Ich hab noch einen down Wird von hinten angesniped Von hinten ist ja das irgendwo aus downtown, oder? Da, 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 ja, ja Der Trump Tower Uh, hat man einen noch gefunden Ich finde aber, ja, da ist einer Und einer von denen ist gerade schon gedroppt Boah, fuck off Ich krieg da keinen Engel drauf, weil die Sonne da hinten so behindert steht Hier kommt die Sonne Was meinst du denn mit Trump Tower, auch da rechts? Ich seh da keinen mehr aufm Dach Hier ist ne einer Mit dem da Ah Jungs, komm mal das Treppenhaus hoch Ist der einen down? Hat jemand noch nen Airstrike oder sowas? Goethe Wir kriegen einen Airstrike drauf, Airstrike, Airstrike auf uns Ich renne Okay, ich komm wieder hoch Okay, ich komm wieder hoch Der Maus runter, da hatte ich übel gefickt, ey, das war richtig geil Airstrike, Airstrike, Airstrike Kommt wieder einer Hä? Oh shit Oh shit Ahhhh Ich hab ja keine Anzeige bekommen Ne, ich auch nicht 35 Meter, einer auf hart liegt bei dir Ja, ich hatte nen Shieldbreak Wofür? 23 Meter, drei Meter auf Ganzes Team, ganzes Team Hier vorne hatte ich was abgelegt Direkt hier vorne Irgendwo Ah, zu, zu, zu Don, noch einen down Nice Fertig Hier direkt unten sind gotstvieler Leute Ich werde schon weiter hinten abgeballert 19 Meter einer Auf Hartbeet 7 Meter Aber guck mal, wie geil unsere Position ist in der Zone Ja, aber eigentlich müssen wir nur die Ausgänge halten, dann ist alles gut Ja, ja Oh, Leute, hier am Treppenhaus, Treppenhaus, Treppenhaus Nein, der ist low Holt ihn, bitte Nein Der scheint auch alleine zu sein Ich hab ihn jetzt Ja, bin jetzt Marco, gebt mir mal kurz den Weg, dann hole ich Max Ja, hier Na, wie macht ihr die Ausgänge da oben? Ja, Marco, mach du mal die Aufzüge da 12 Meter, zwei Leute auf Hartbeet Ja, Marco, du kannst doch auf den Aufzug Ne, du musst auf den Seilzug oben achten Ich will auf den Seilzug 5 Meter 5 Meter Super, achte auf den Seilzug Ja Ja Ja, hier sind Leute bei mir drin Nein Nein Fuck, äh Fuck Ah, so ein Wichs, der ist hinter der Theke Ach, scheißen Dreck Hinter der Theke? Ja, unten Ja, ganz unten 10 Meter Ach, Wichse Ja Mach was draus, Max Ja, danke, dass du auch an uns glaubst, aber Gar kein Problem Ne, ich meinte, weil ich mich für ihn geopfert hab Oh Immer noch 10 Meter in diese Richtung Move on my waypoint Ja, scheiße, ich mach jetzt Ich mach jetzt hier diesen Seilzug mach ich Ja, das ist der einzige Seilzug Ja Und der Ja, guck auf die Aufzüge, da sind auf jeden Fall viele Leute Ja, da muss sofort einer stehen, genau da wo du bist Max Werden da gleich hochkommen, wie die scheiß fliegen Was ist denn, wenn du den Gang da rechts weiter gehst Max? Ist da noch was? Da kommst du ins andere Treppenhaus Ja, okay Ja Die Stufen könnte natürlich auch einer nehmen 13 Meter rechts von uns Richtung Westen Ah, der wird unten drin sein, ne? Ja, das könnte sein, der der Kacke killt hat Ja Ich hätte den Seilzug nehmen sollen, ne? Ich dachte aber vielleicht das Aufzug doch weg Seilzug ist alles clean, hier das Treppenhaus auch 37 Meter, ja Oh, scheiße, dass mich dieser Typ wieder weggeholt hat, ey Einfach ein so'n Typ im Treppenhaus, steht der auf einmal da oben Zwei Leute auf Hardbeat Fein spring über dem Gebiet ab Ja Hier einer Vielleicht sollte da nur einer drauf warten Max Geh mal hoch am besten Ja, ich geh nach oben Ja, einer kommt da jetzt bestimmt gleich hoch Zwei Leute Ja, guck die ganze Zeit auf den Aufzug Guck die ganze Zeit drauf Ich hatte da noch Claymos und so Liegen da noch welche? Ich hab jetzt keine gesehen Der Cluster auf uns? Ne, ne? Hat auch so'n bisschen 20 Meter, zwei Stück auf Hardbeat 9 Meter Ja, Hardbeat könnt ihr ignorieren, ist jetzt alles rot Müsst ihr nicht mehr drauf fahren Kommt Jungs, den Win habt ihr Zippel, immer schön auf den Seilzug achten, ne? Perfekt, da kommt einer hoch Nachladen, nachladen Zippel, nachladen, Zippel, nachladen Die schlachten sich da unten gegenseitig Perfekt Mal gucken wir aufs Dach Aufs Dach, Leute macht euch bereit zum Fliegen, ne? Fünf Sekunden, drei Zwei Eins Sollen wir? Ja Okay, jetzt springen Max prügelt Spring, 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 spring Der ist weg Drei gegen zwei Oh Hab ein, hab ein, hab ein ZAPPEL Ja Let's go, ey Richtig gut Sauber, Jungs Richtig gut Junge, den Letzten hab ich geholt, Alter Richtig nice Sippel, mach einfach den Sack zu, ey Sippel, verwandelt Ja, Mann Der Killer Ach Jungs, war doch okay Wir hatten halt übertrieben gut, dass wir diese Highposition die ganze Zeit hatten Mhm Die haben sich da unten so weggefetzt Marco auch übertrieben, zwei, dreimal Echt geil Marco hat der immer hart den Arsch gerettet Ja, Mann, als du da lagst du schon damals und Marco geht da so hin und klatsch, klatsch, klatsch Ja, mir hat Marco auch den Arsch gerettet Richtig gut Nice Jungs, richtig gut Wir müssen kurz Boxenstopp machen, Jungs Oh, zwei Kills Oh, Max, neig, Kills Ehhh Ehhh Bärk hat 5000 Damage, Alter Hahaha 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 Hahaha